So Lukas, mein kleiner Freund, ich denke du hast nicht damit gerecht, dass ich wirklich nach Dubai komme und dir das Maul schlopfe. Also ja, ich fliege jetzt nach Dubai und ich werde deine Boxansage annehmen. Also wir sehen uns in Dubai, mein kleiner Freund. Trainiere erstmal, bis ich ankomme. Ciao. So Lukas, mein kleiner Freund, ich denke du hast nicht damit gerecht, dass ich wirklich nach Dubai komme und dir das Maul schlopfe. Also ja, ich fliege jetzt nach Dubai und ich werde deine Boxansage annehmen. Also wir sehen uns in Dubai, mein kleiner Freund.